hallo und herz willkommen zu einem neuen video zu roblox ein bisschen doors mit sicilin mal sehen was wir machen müssen nicht wahr so nicht ey lol es sieht cool aus oh schick alter dieses dieses first view point kriegst du eine beige dafür ich kann nicht mehr drücken da ist kaputt die macht nummer eins okay hier schlüssel oh wie die animation machst gehen wir weg ist offen warte bevor du durch bist oh nein steck dich mal im schrank die animation ist cool ja ja warte ich hab die gar nicht aufgemacht ich kann nicht raus ach so jetzt mal sehen wie das aussieht wenn da einer reingeht ich hab's gesehen ich hab's von dir gesehen warum geht die tür auf ich trau das nicht ach du kannst auch mit shift kannst du dings machen oh du kannst die aufmachen die schubladen ich hab mal gewusst die ist kaputt hier geht's weiter ok ist oh leiter ich hab'n feuerzeug coins oh gold bauen wo ist denn ich hab'n schlüssel oh bonnie bonnie das ist so geil gemacht irgendwas kommt doch da oder hast die schubladen aufgemacht ja ich hab'n schlüssel ne schubladen aufgemacht hab ich ja hab ich kann man eigentlich nicht rennen oh geh schrack rein schrack rein du musst mir neu anfangen ich glaube du kannst nicht respawn oder oder hast du respawn points nein hab ich nicht ich muss 30 robux dafür bezahlen ich hab'n schreibmaschine gefunden ok warte mal ich lief dann dann machen wir nochmal neu ok alles klar so äh dos kannst mir den nachschulen lol du wurdest einfach von dem rush getötet der sah eklig aus was für da war noch ein schrank oder hast du nicht im nächsten raum da war kein schrank ich hab'n versucht in den einen raum reinzukommen achso achso hier let's go nice okay what the fuck okay mal sehen also mit schiff können wir crouchen bein mit schrift und links coachen gibt es ja hier gibt es ein schubplan nichts dran kaputt ist da was dran leiter ich hab dings jetzt kann ich rennen ich auch das ist random ich höre was atmen die können wir schon mal verstecken wenn was kommt oh gott die animation ist cool da hat sich irgendwas grad bewegt das ist aber cool gemacht dass es immer random ist da das ding ist auf hier auch scheiße ne noch mehr schupplen jetzt kommt rush können wir alle rein gehen hier hier schreibmaschine das war speichern hier sind noch mehr das ist cool gemacht so wie ein bisschen amnesia style oder das kriegen ja teilweise nicht mehr was war das ich hab irgendwas ich hab irgendwas gehört was war das hast du das gehört ja ja was spielt jetzt gleich kommt ich hab irgendwas da hat sie blitzelt er kommt nicht doch ich hab vergessen dass ich nicht rennen kann ganz raus ne ne was ne ne ok ich musste raus sonst komm ich durchgedreht ja toll ich hab kein feuerzeug der geht eh schnell der geht eh schnell der geht wie ein fettes ding ne warte wie waren sie schon wir sind von links gekommen ne wir sind von da links gekommen was pst was war das boah schnell hier raus alter bevor ich hier angepst werde ich wurde schon angepst oh mein gott der Baum riesig oh ich hab wenn du sogar in der nähe vom schlüssel bist und du siehst ihn nicht du hörst das sparkle ne ne wenigstens musst du nicht eh drauf drücken weil du kannst einfach nur drauf gucken ne ich hör was hinter der tür da hinten unter dieser tür ja poppy playtime poppy playtime oh mein gott hinter der tür ist was da fuck war das hier ist nix da hat grad was ganz gut genug mhm taschenlampe oh mein gott es ist dunkel taschenlampe taschenlampe oh das war der irgendwo vorhin schon war ja oh hab schlüssel was das das ist batterie für dich ah ah what the fuck was das junge was war das denn also wenn er dich anpischt musst du ihn finden ich hab das ding oh raus aus dem dunkeln kommt er wahrscheinlich nicht oh noch mehr alter hab ich mich erschrocken eh du hörst einfach nur pssst ein pflaster oh kannst dich heilen ja ja nimmt der automatisch oh nicht schon wieder oh mein gott oh oh scheiße ich hab oh oh rein rein komm hast du ja ich bin drin nein er hat mich anpst au du bist jetzt aber nicht gestorben oder nein bin ich nicht er hat mich er hat mich gebissen wo bist du oh hier geht's weiter scheiße hier ist wieder so ein raum der dunkel ist oh ich hör was oh ich hör was mein leiter fast will nicht mehr oh nicht angucken nicht angucken ich bin fast tot digger ich auch einfach rum rum the fuck ich bin fast tot alter hier 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 mein mein leiter ist jetzt aus ich brauch verband oh hab verband was ist los nein er hat mich gestorben vom was durch screech screech der pssst macht oh man soll man nochmal anfangen da war noch so ein auge ok let's go hallo und herzlich willkommen wir sind wieder zurück weiteres video die musik ist geil kifte nicht kriegt man da eigentlich ne base für kann man eigentlich nicht rennen ne ne ok achst du die unten so ich habe die triche für andere suchen stell mir vor rush wäre jetzt gekommen genau bei der ersten tür ich habe einen schnellen geholfen Ah! Wens! Lali! Ey! Leitung habe ich hier! Jetzt stellt er sich einfach vor mich, um die Zubladen zu kriegen! Jass! Arschloch! Eils noch! Oh Gott! Ich habe es gehört, das ist... Ich sehe aber nichts! Ja, das ist ja eh hell, also... Oh oh! Rush! 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 Nett! Oh, Schreibmaschine! Ich könnte jetzt... Licht gebrochen! Mach! Geht die Tür nicht auf! Nimm ich das... Tusch das mit... Das aus... Und... Easy! Füße angeklopft! Au! Stimmt, wir können ja hier reingucken! Alter... Alter, wie schnell Rush aber jetzt da war! Hm... Ich habe das Gefühl, das Spiel weiß, dass wir schon gespielt haben, deswegen kommen die jetzt mehr und häufiger! Ja! Ähm... Das Spiel lernt, ne? Wie ich gelesen habe! Warte kurz! Was? Jo! Ich geh ja noch irgendeine Räume hier rein! Ja! Hi! Mein Name ist... Mannies... Wie viel Manni hast du denn? Ich hab Lust! Deswegen konnte ich mir auch wieder die Pik Deluxe leisten! Ja, ich hab Schlüssel! Oh, ich kann meine Pik Deluxe noch nicht verschwinden! Gefunden? Mach auf! Achso... Ne... Ich hab' gefunden! Oh oh! Waaah! Oh Gott! Der sieht uns gesponsiert! Ja, ja, ja! Ne, ist nix! Aua! Ich hab' einfach... Ich hab' einen kleinen Blick riskiert! Aus Versehen! Kannst du auch nur warnen! Ich brauch' wieder ein paar Coins! Oh, hier! Hm... Ich hab' mich einfach mal... Verbandiziert! Ich find's ja auch cool, dass du anfängst die Möglichkeit hast, Sachen zu kaufen! Und wie du auf die Bilder klickst, dann sagst du dir auch Sachen, ne? Also, was die Leute haben... Wie schön die aussehen! Thomas hat gestern ein Bild gefunden, wo ein Typ einfach emotionslos drauf geguckt hat... Und das Bild hieß die Emotion Man Man! Oh oh! Rush! Hast du? Ja! Oh, grade so sag' ich dir! Was? Was? Wo bist du? Ich hab's gehört! Ich hab's gehört! Ich hab' nicht gehört! Wo bist du? Geldbauern! Aber das ist noch nicht zu dunkel, ne? Theoretisch! Ja, das geht noch! Vorhin war's dunkler! Ja, ja! Ja! Warte mal! Geht's da nicht weiter? Auf der Seite? Ah, da ist Rush! Da ist Rush! Aber durch hier! Hä? Wie renne ich denn jetzt? Ich hab... Oh Gott! Nee, das ist zufällig! Der rennt man manchmal auch nicht! Ich hab... Ah! Okay! Der war über mir! Ich hab Schuss! Dann brauch ich halt die... Dann brauch ich halt die ganzen Picklock noch nicht verschwenden! Das ist halt echt gut! Stell' mal vor, Rush kommt... Es wird doch Intense! Es kommt bald! Stell' mal vor, Rush kommt einfach... Ähm... Ich glaub' ab 25 wird's Intense! Ich komm' glaub' schon in den ersten Augen! Dann kommt da ein... 1-0-6-Typ! Für Arme auf Wischbestell, Junge! Stell' mal vor, Rush kommt hier in so'n Raum! Oh Gott! Was?! Junge! Du hast mir einfach meinen Schrank weggeklaut! Oh, ich hab' ihn gesehen! Er ist genau... Er war in meinem Schrank drin! Okay, nicht zu lange drin bleiben! Ja! Sonst wird man paranoid... ...und verliert man... ...Leben... ...anscheinend! Ja, du wirst halt rausgeschmissen, weil da so'n... ...monster im Schrank ist! Ja, ja! Aber du kriegst den Bage dafür! Kriegt man Scharen? Ja, du kriegst Scharen! Ich hab' den Scheidern, aber du könnt' ihn auch! Ne, ich brauchte... äh... Achso, stimmt! Okay! Ich hab' hier weiter gesucht! Ich renne jetzt auf einmal! Keiner da! Blumen! Rush! 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 Augen! Kein Rush! Wurden wir verarscht? Jetzt wird glaub' ich ein Rush! Ja! Rush kommt! Ich versteck mich! Hä? Hä? Warum würden die sonst so flackern, die Lichter? Ich hör' ihn nicht! Ach nee! Das sind die Augen! Glaub' ich! Die Augen spinnen aber grad oben ein bisschen bei mir rum! Ja, bei mir auch! Oh nein! Ja! Ey! Noch schön schöne Dings gucken! Oh ja! Ey! Das wird jetzt im Teil die Musik dazu, Sky! Alright! Mit C? Ja! Ich drück' einfach Shift! Ist egal! Hauptsache du duckst, nicht mehr durchzukommen! Oh Gott! Ich hör' ihn! Die CD ist geil! Fuck! Oh! Geradezu! Oh! 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 Du kannst rennen! Äh! Aber du kannst- ähm! 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 Erfolgreicher Run von Seek! Das ist aber geil, ne! Ich feier die Szene richtig! Das ist sehr! Komm' die Musik dazu! Das war super! die musik die musik dazu ist aber wirklich gut missapps kommt wenigstens sieht man den typen weil er so hell aufleuchtet wir kommen weiter ich finde dieses randomness gemacht richtig das war klappt weil ich den hast alles im schrank weil ich habe aus von den türen aufgemacht deswegen kam rush gott alter ist das hass man das ist hass können wir uns eigentlich hier stehen bleiben ja okay nicht weiter ich bin gleich wieder so sind wir wieder in game oh was denn hier los ey ist ja viel okay kurz gehangen ja es hat ein bisschen die dauer bis die türen aufgemacht hast ja witzig jetzt kommt noch was intensives und nein ich sehe schon die schleichen wenn er in der nähe ist gar nicht mehr laufen wir müssen jetzt die bücherregale absuchen ich höre schon was ja hier das ist bei mir bewegt sich dann am besten wenig oder gar nicht am besten auch nicht im weg stehen ich war nicht im weg ich war in einer ecke neben in den schrank wahrscheinlich runtergefallen was er gemerkt hat ja bin tot ich will mich jetzt aber nicht wie weifen ne zu spät bin ich draußen so ok dann machen wir erstmal die aufnahme stopp oder jedenfalls eine neue also ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten mal wieder zu dors tschau tschau tschau